Utthita Parishvaparivrita Baddha-Hasta-Arda-Kalyasana ist eine Variation der Göttinnen-Kali-Stellung im Drehen. Gehört zu den Stehhaltungen und auch zu den Vorwärtsbeugen. Gib die Beine etwa ein Meter weit auseinander, den rechten Fuß nach außen und auch den linken Fuß nach außen. Dann beuge das rechte Knie, halte aber das linke Bein gestreckt. Falte die Hände hinter dem Gesäß und dann drehe den Oberkörper auf das linke Bein, halte das rechte Knie 90 Grad gebeugt und schaue nach oben hin. Rechtes Knie 90 Grad gebeugt, linkes Bein gestreckt. Utthita heißt stehend, Parishvaparivrita heißt drehend, Baddha-Hasta, gefaltete Hände, Arda-Kalyasana. Halbe-Kali-Stellung, weil nur bei einem Bein die Knie gebeugt sind. Gerade dann bitte. Aber dann wird Vielen Dank.